Hut zu einem kleinen Infovideo. Ich veranstalte nächsten Montag, den 20.11. einen kleinen Special-Stream und zwar einen DHM-Stream. DHM steht für Durchhalten. Mari, Mari ist mein Vorname und da werde ich 10 Stunden lang eine Dauerschleife durchhalten und ich habe keine andere gewählt als diese hier. Und das mache ich als kleines Tribut an den guten Hybi, denn der hat ja fast die 200.000 geknackt. Leider noch nicht zu diesem Stream-Zeitpunkt, aber ich denke, ja, ich will den Stream trotzdem machen, dann müssen wir wohl wann anders nochmal richtig feiern. Auf jeden Fall ist dieser Stream etwas Besonderes, denn für jeden Sub, den ihr mir auf Twitch dalasst, spende ich 5 Euro in den Hybi Charity Topf. Also quasi in der Hybi Charity, die Ende Dezember stattfinden wird, spende ich 5 Euro für jeden Sub und die 75 Euro, die ich jedes Jahr sowieso beim Hybi Charity spende, die kommen natürlich noch drauf. Das heißt, für jeden Sub 5 Euro extra, egal ob Prime oder einfach so ein normaler Sub. Schaut gerne rein und ja, ich freue mich auf jeden Fall mit dabei zu sein, denn ich war schon bei jedem Hybi Charity mit dabei. Gut, ich bin auch in den ersten 50 Abonnenten von Hybi gewesen, glaube ich. Auf jeden Fall kenne ich ihn schon sehr lange. Grüße an Hybi geht raus und damit viel Spaß mit dem Stream nächsten Montag. Wir sehen uns. Ciao, euer Zeckerflieg. Hallo, oder wie ich immer sage, hu, zu diesem kleinen Info-Video, ich mache am... Nochmal neu. Hu, zu diesem kleinen Info-Video, ich mache am... Nein, nicht ich mache, ich veranstalte. Okay, jetzt nochmal neu. Du Radman. Dann müssen wir eben wann anders nochmal... Für jeden Sub, den ihr mir da lasst. Und die 75 Euro, die ich jedes Jahr spende, die mache ich immer noch dazu, das heißt... Und die 75 Euro, die ich... Ich habe mich vorrasieren können, alle sind scheiße. Das sind's. Bis zum nächsten Mal. Glos. Bis zum nächsten Mal. Das sind ganz..!